Da sind wir. Da sind wir? Alles klar. Dann begrüßen wir doch mal, ne? Genau. Hallöchen. Genau, Hallöchen. Ich hab'n Fisch in der Tasche, ich weiß nicht, wie der da hinkommt. Ist irgendwie seltsam. Andrea, sperren wir erstmal ein. Ey. So. Die Pass. Ich weiß gar nicht mehr, was ich in der letzten Aufnahme gemacht hab, und dabei hab' ich die gerade eben erst online gestellt. Du hast den Turm weitergebaut. Also bei dir sieht's immer so aus, nimmst'n Stein, packst'n vor dir, nimmst'n Stein, packst'n vor dir. Was anderes hat man bei dir, glaub' ich, bisher noch nicht gesehen. Ich glaub' ich auch. Leider. Momentan recht eintönig geworden. Ja, spannend. Echt spannend. Aber wir haben, glaub' ich, kaum noch Holz. Juhu, Matti hat'n Job. Ja. Und kaum noch Stein. Ach, verdammt. Okay. Dann glaub' ich gleich Stein. Juhu, spannend. Aber es nimmt schon mal Form an. Drei Türme haben wir ja schon mal auf der Höhe. Hier war auch ein Schneemann unterwegs. Lebt der noch? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Achso, ich kann mal dazu mit erwähnen. Ich hab' mal ein anderes Texturenpark. Ja, nicht mal Vanilla, unglaublich. So'n bisschen Cell-Shading-Look, keine Ahnung. Hattest du jetzt das mit den fliegenden Pizzen? Nee, ich hab' jetzt nicht das mit den fliegenden Pizzen. Ich weiß gar nicht, wie hier die Gegner aussehen. Das werd' ich noch herausfinden. Das wirst du noch herausfinden. Richtig. Mein Inventar ist super geordnet. Ich bin ja auch begeistert. Ja. Warum hab' ich so viele Bögen bei mir? Weil du nur mit den letzten Folgen so rumgespielt hast. Wird auch nicht langweilig. Ehh, sag' ehrlich, ich muss das mal aufräumen. Das ist ja gar nett, dass die spannendsten Folgen anfangen, die ich jemals hatte. Ja, ne? Ich mag mit der spannendsten Folge ever weiter. Ich baue weiter die Türme hoch. Wo dann so lange wie ich noch Stein hab. das ist nicht mehr viel. Juhu, Abwechslung. Ja, ne? So, die letzten drei Folgen war ja auch nur Turmbau. Ja, eben. Bruchstein. Ich kann mich an den Namen echt nicht gewöhnen. Das ist irgendwie seltsam. Ich hab noch Schneewelle. Ja, 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 ja. Ins Gesicht. Ich will einen Seifen hier. Ey. Was kriegst du sonst zurück? Halt auf. Ich klatsche dein Todes Tier ins Gesicht. Den Fisch. Nee, das Leder. Ach so. Es geht ja. Alternativ. Nein, nicht essen. Wolltest du gar nicht Fisch essen? Ja, den wohnen Kamejaus essen. Das ist bestimmt eine gute Idee. Meine Beine schlafen gerade ein. Scheiße. Was soll ich denn sagen, Reiki? Es ist eh unmöglich, wie du da sitzt und spielst. Doch, es ist möglich. Aber es sollte keiner sehen. Es ist ab und zu echt ungemütlich. Warum? Wie sitzt du denn da? Weil ich es gemütlich finde. Aber es wird an der Zeit ungemütlich. Ja. So im Schneidersitz immer auf seinem Schreibtischstuhl ist aber irgendwie auch lustig. Ich sitze im Schneidersitz, weil du ich hier auf dem Bett. Ja, Premiere. Hier, live. Genau. Live vor Ort. Ich hoffe, man hört uns nicht so oft doppelt. Also bei mir auch kein bisschen. Okay. Ja, ich glaube... Wie das jetzt nicht gesagt, hätte man nie erraten, dass Andrea bei dir auf dem Bett sitzt. Ja. Jetzt ist raus. Ja. Das ist halt so. Ja. Manno, ich kann nicht sehen, was ich jetzt verzauber. Wie ich jetzt verzauber. Halbbarkeit 1. Damit bin ich zufrieden. Klatsch. Oh Mann. Zu viel gedöhnt. Oh, hier gibt es ja noch Äxte und sowas. Geilo. Keine Bauern. Genau, die ganzen Steine-Äxte. Nee, da gibt es sogar Eisenexte. Vier Stück. Echt? Ja. Also ihr dürft euch ruhig alles aus Eisen machen. Wir haben genug. Das ist gut. Und wer Stein sammelt, der wird auch garantiert noch ein bisschen Eisen finden. Jep. Hoffe ich mal. Was haben wir denn hier noch für den Fisch? Oh, ich habe ja auch. Oh, ja. Das ist mein. Wieso kam ich auch in dem Spiel? Ich habe mal wieder Gravel gefunden. Kies. Auf nichts Neues. Nee. Kies. Kies, Schatter, Kohle. Kies. Ich muss bloß immer dem Kies ausweichen. Dann buddelst du an der falschen Stelle. Äh, nein, ich habe das Problem, ich, äh, Kohle, ähm, buddel im Moment hier den Rest von dem Stein ab, der hier noch bei unserem Haus ist. Und oben drüber ist teilweise noch Kies. Und für den letzten Block, den ich abbauen kann, muss ich immer direkt da drunter stehen. Dann stellst du da, wo du bist, ähm, eine Fackel hin und dann baust du den letzten Stein und dann fährt der Kies auf die Fackel und der Kies ist dann gleich so zum Aufsammeln bereit. Weiß ich. Was soll man das sonst nennen? Abgebaut. Genau. Darauf kam ich jetzt nicht. Zum Einsammeln bereit klingt aber auch gut. Ja. So, der letzte Stack Steine, den ich momentan noch habe. Ist da in der Kiste noch was? Nee, den letzten Rest habe ich da jetzt gerade rausgenommen. Okay. Und steht ein Creeper. Oh, das ist ja schon wieder duffel. Cool, ich war den ganzen Tag in der Bude und habe sortiert. Geilo. Yes, Creeper. Das geht nicht gut. Oh, wow, wow, wow. Okay, das war krass. Oh, noch mehr. Eins, zwei, noch mehr Creeper. Juhu. Weg da. Ah, Spinne. So, das war's für meine Turm-Action für diese Folge wahrscheinlich. Was? Da kommt ein Creeper von der Seite und ein Skelett von vorne durch. Ja. Wo betrachtest du mich denn bitte? Vom Turm. Ich lege Scheiße. Hier kommt noch ein Zombie. Der folgt dir auch noch. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Warum ist ein Creeper auf dem Turm? Ach, da bist du. Wow, wow, wow. Es kam plötzlich eine Spinne. Hier, da. Nimm hin und is. Ja. Ja, ist egal. Das war auch das letzte, was ich mit mir rumgetragen habe. Weiß nicht, wie her das kommt. Ich sammle jetzt trotzdem erstmal Steine, damit das hier nicht zu langweilig wird. Es regnet. Ich esse einen Ofen-Kartoffeln und es regnet. Das regnet. Ja, irgendwas hat er nicht hin. Da steht ein Creeper bei unseren Hühnern. Warum hat der Golem eigentlich auch... Nein! Was? Der Golem, warum hat der eigentlich auch einen Kürbis auf dem Kopf? Weil du den mit dem Kürbis machst. Als Kopf. Mir hat er nie so aufgefallen. Aber der hat immer in den Augen. Ja. Bei mir sieht er cool aus. Mich hat mir eben aus Versehen geschlagen. Oh. Hallo. Dann findet er dich jetzt nicht mehr so doll. Doch, er hat mich noch ganz doll lieb, weil er hatte einen Zombie geschlagen und dann... Okay. War ja der Meinung, du hast ihn nur mit dem Zombie verwechselt. Gehst du schon wieder nach unten? Ja, ich pissele mich in meine Höhle. Ja, gar nicht. Eigentlich muss ich ja mal mitkommen. Braust du nicht. Ganz unspektakulär. So wie alles bei dir. Das ist ja spannend. So ungefähr. Gehst du mir jetzt doch hinterher? Nein. Wollte ich gerade sagen. Noch nicht. Sicherheitshalber in die Treppe wieder hochgeschaut. Nimm das, Spinne! Ich muss erst mal eben Klamotten entsorgen, wo ich da reingehe. Der Fuß schläft da rein. Aha. Was macht ihr jetzt? Meister? Wechsel, oder? Mal gucken, wo war ich denn hier überhaupt in dieser Höhle? Ich habe keinen Plan mehr. Wow! Da ging es auf jeden Fall runter. Aber auch nur ein kleines Stück, zum Glück. Ich habe 20 Level. Ich weiß gar nicht, was damit anfangen soll. Ich habe ganze 10. Oh, unglaublich. Ich habe 18. Weil ich mir eine Bezahl verformert habe. Oh, hier ist Lava. Nein, nein, nein. Verdammt. Ich kann mich wieder hoch. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Papistisch, Spinne. Ah! Das bricht auf mein Typ. Okay, hier ist nichts Spektakuläres mehr. Und ich mal Viecher renne hier rum. Nicht mal Viecher. Klatsch. Ach du bist es. Dann hätt ich dir einige klatscht. Wär eh zu spät gewesen. Don't go stalker. Ich bin voll super vorbereitet. Lauf, Martin. Was zum? Da steht dein Pferd. Da steht dein Pferd in der Höhle. Der Kohn wird raus. Das kann ich ja gar nicht mehr dann sehen. Nee, das geht natürlich gar nicht. Das wollte ich grad sagen. Es hält runter. Warum hält es runter? Ich weiß nicht. Was macht es denn da? Es versucht da hochzukommen, aber irgendwie schafft es das nicht. Wollen wir mal nachhelfen hier. So. Do it. Du weißt schon, dein Pferd ist breiter als eins. Nee. Echt jetzt? Ja. Ist das so? Dann müsste es ja jetzt funktionieren. Hallo. Nicht zu mir. Du sitzt da hinten hin. So jetzt. Haha. Haben wir irgendwo Zaun? Ich hab noch Zaun. Ich hab noch Zaun. wo der Pferd befährt. Wow. Hallo Zombie. So. Super. Und rauf auf die Fackel. Das sieht so spannelig aus. Zack. Boah. Au. Boah. Was soll das denn? Zu eng. Das mag dich nicht. Noch nicht, nein. Oh, ich verwisste mich erst mal ein bisschen. Werde schon wieder beim Pferdezähm? Ich ja. Ich guck zu. Das ist spannend hier. Oh. Jetzt liebt es mich. Urplötzlich. Jetzt wollte sie sich töten und er hat sich gern. Ich stinke. Von dem, was du da gerade gegessen hast, ist kein Wunder. Ja. Weil die wie ich es gegessen habe. Blö. Obola, ich hab vergessen schon wieder den Timer zu stellen. Ach, Reiki! Ah! Was denn nun? Ich hab schon wieder vergessen den Timer zu stellen. Ach nee. Da prallt sie vorher extra noch rum, dass sie hier so einen schönen neuen Ton hat. Weil ihr Handy das nicht irgendwie geschissen kriegt heute. Oh. Ähm. Ist fast gewesen. Warum hast du das denn getan? Hast du untergefallen? Fast. Schön. Oh. 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 Ja hier sieht's gut aus. Aha. Oh. 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 He- phosphates. Und jetzt ist der Timer. Und dann hier hier. Oh. Und dann hier hier. Herr. Oh. Oh. Oh, ich kann nur einen Herzscham. Das geht hier noch. Das ist bestimmt gut, doch gut. Das ist nicht gut fürs Herz. Was für ein Herz? Was ist dort? So, sollte reichen. Und ab nach unten. Aber nicht in die Richtung. Hallo, Kollege. Klatsch. Ist ja schon alles ausgeleuchtet. Ich bin nur ein paar Meter in die Höhle gegangen und bin schon nicht mehr raus. Das ist echt unmöglich. Seid ich mir jetzt hinterher gelaufen, oder was? Oh, Mann. Oh, Mann. Ich jetzt nicht ganz. Welche Höhle seid ihr denn rein? Ich hab ja schon zwei. Mhm. Also wir sind direkt am Haus da, äh... Wie mit der elendig langen Treppe? Nö. Okay. Wenn wir uns dann begegnen, dann sind wir gut. Es regnet immer noch. Oder schon wieder. Können wir doch angeln gehen. Brauchen wir eigentlich nochmal Futter? Ich glaub nicht. Echt nicht? Futter ist eine gute Idee. Ja, aber cool. Ja, ich muss mir auch mal wieder was in die Tasche stecken. Nur Zombie-Fleisch ist einfach nicht so geil. Nicht wirklich. Ich hab ein bisschen Rack gefunden. Und ich konnte eben durch die Wände gucken. Wollhack. Was passiert hier ab und zu? Wollhack. Ich find immer mehr Eisen hier. Cool. Das ist mir verkehrt. Wo findest du denn dein Eisen, Reiki? Eine Höhle, die ich noch nicht erkundet habe. Mhm. Das heißt irgendwo, wo noch nicht ausgeleuchtet ist. Richtig. Vielleicht wie eine neue Ecke entdeckt habe. Ja, noch eine Schaufel. Ich hab noch eine Schaufel. Hm. Tief ist Luft. Tief ist Luft. Nächst runterfallen. Nächst runterfallen. Halt dich nicht vor. Gut. Ich krabbel da runter. Ups. Da geht's genauso steil runter. Ups. Da geht's mal Gärtner. Viel Spaß. Sonst mach ich das immer. Haha, got to go. Haha, got to go. Also unser Durch hier, der ist echt fiet gemein, nur. Der klaut uns einfach die Jobs. Ja, irgendwie schon, ne? Na gut, so muss man die Jobs. Die die ja schon fertig? Bist die? M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Okay. Na, wie hier denn das? Kann ich da einfach so gegenhauen? Haha. Jaaa, und dann wieder neu planten. Und pass auf, dass eine sind Karotten, das andere sind Kartoffeln. Ja. Eigentlich bin ich hier in die Höhle gegangen, um Stein zu farmen. jetzt fahren mich Eisen, ich hab schon 40. Uäh. Ich glaube, ich versuche mal langsam wieder nach oben zu kommen. Sonst finde ich sowieso nie wieder raus. Das könnte dir glatt passieren, ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich bin. Ja, das wissen wir doch nie. Oh, ich bin in der Höhle, da ist noch nicht ausgeleuchtet. Ich höre überall Spinnen, aber ich finde nie eine. Ich hab keine Fackeln. Na, da ist das Scheiße. Oh, jetzt hab ich jetzt mein Paar. Ja, komm natürlich gleich ein Krieg auch nicht zu. Und tschüss. Na tschüss. Ich muss erst mal zusehen, dass ich den Krieg mal wirklich... ist. Jeder, der mir wieder zuguckt, dem wird schlecht, so oft wie ich hin und her will. Mal wieder? Ey, ich hab gerade Regen gehört. Das Regen ja auch. Cool, dann bist du ja oben irgendwo. Ups. Egal. Wo komm ich hier raus? Gut, das kann ich dir nicht sagen, Reifi. Oh, da ist es gut. Ich fahr' auch hin. Ach, wie doof, eine Mini-Höhle. Langweilig. Jo, wir graben uns weiter nach oben. Bravo! Ula! Du! Mini-Höhle und was kommt? Ein Creeper. Na toll. Hehe. Hehehe. 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 Wo bin ich? Mitten im Wald? Hehehe. Ist ja heiß. Hast du dir eigentlich mal die Koordinaten von unserem Haus aufgeschrieben? Nein, aber ich find' ja wieder zurück. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der Höhleneingang ist. Hoffe ich doch. Ich lauf' grad'n Stück. Hehehe. Oh, da bin ich. Na? Warte. Tüpp, 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 tüpp. Hopp, 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 hopp. Hallo Sam. Gut. Seht's. Sieh' aus wie Sam? Ach nee. Hahaha. Kann ich grad sagen. Ach nee, Sam war noch in der Höhle, ne? Ja. Oh, Sam ist aber ganz schön, äh, männlich geworden. Hahaha. Hahaha. Dazu sag' ich jetzt mal nichts. Hm. Glaub ich auch besser so. Dann geh' ich mal wieder in meine Höhle. Ich will hier kein bestätigen, ich, äh, habe heute keine Hose an. Sondern einen Rock. Genau. Ausnahmsweise. Wann kann's sagen. Sie hat halt keine Hose an. Belassen wir's doch mal. Hahaha. Ähm. Wir haben ein paar Karotten auf jeden Fall. Ja. Ein paar Karotten sollten wir auch haben. Kann man damit dagegen was machen oder sind die einfach nur Karotten? Äh, goldene Karotten kannst du machen und du kannst Schweine vermieren, kannst... Hasen? Aber die haben wir noch nicht. Du kannst Hasen, glaub' ich, auch einfach mit Blumen vermehren. Das hat Nico letztens rausgefunden. Was? Der hat so lange mit den Hasen rum experimentiert, bis die auch sich gepaart hätten, wenn er nicht immer nur ein großes und ein kleines gehabt hätte. Aha. Okay. Ähm, du kannst übrigens auch Hühner mit, äh, Netherwarzen vermehren. Ach, echt? Ja. Echt? Wir haben keine, oder? Wir waren noch nicht in der Hölle, ne? Naja, dafür gibt's ja dann eigentlich auch... Ey, nicht schlank. Ähm, die Samen von den Getreid, davon hast du ja nachher auch Unmengen. Genau, aber du, du kannst es nur, wollte ich nur gesagt haben, ne? Die Tatsache, dass es möglich ist, macht das schon interessant. Ja, ne? Jetzt mal, das ist seltsam, was, was haben, äh, Netherwarzen mit, mit, mit Hühnern zu tun? Oder so. Ich mein, die Hasen fressen ja auch Lügenzorn und so. Das, das, das ist ja noch logisch. Was wollt ihr Zombies denn hier? Wo kommt ihr denn eben? Eben war hier nix los. Und schon hab ich hier drei Zombies. Ja, mach dir mal Gedanken. Verdammt. Nö, ist zu viel denken. Oh, Reiki. Oh. Anstrengend. Echt? Viel zu anstrengend. Oh, schon wieder ein Zombie. Ist da oben irgendwie ein Spawner oder was? Guck doch mal nach. What? Wie, was? Bin ich in irgendeinem seltsamen Game-Mode? Wo? Ich hab ne Spitzhacke aus meinem Inventar in meine, äh, Leiste da gezogen und, ähm, hab dann irgendwie mit ne anderen Spitzhacke geworfen. Okay. Aha. Ich weiß nicht wie. Ich hab grad wieder ne komplett neue Ecke der Höhle gefunden. Also, einem Gutes hat er schon mal, ich hab schon mal zwei Ausgänge für diese Höhle. Cool. Oh, 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 das klingt nach dem Zombie. Ah, da ist er. Ich renne auch noch auf ihn zu. Und... Das war dann die Folge. Die Folge. Ich seh doch irgendwas laufen. Warte. Ich will, ich will nur eben schnell ans Licht. Siehst du da was laufen? Ja, ich seh da was laufen. Ich weiß aber nicht was. Ich seh das Licht. Ich will doch eben ins Licht. Ich will doch eben ans Licht, äh, ins Licht am Ende des Tunnels. Jaaa, ich bin draußen. Unglaublich. Unglaublich. Unglaublich, wo war es? Sie hat's geschafft. Wuhu. Jetzt muss ich nur noch mal wissen, was da eben lief. Wer von euch? Also, ich nicht. Ich bin in der Höhle. Achso. Ich immer aus. Natürlich. Autsch. Guck mal, dieser Durchhiel, der ist auch überall. Ja, ja. Er drängt sich immer voll in den Mittelpunkt. So, dann würd ich einfach... Oh, scheiße, ich hab mich grad mit Nendermännern gelegt. Ach, Reiki. Nicht sterben. Nein, ich höre ihn nur. Da passiert aber nix. Okay. Ich habe ihn eben angeguckt, weil ich... Das hat aufgehört. Zurück, nenn. Ich habe einen Bodenwechsel. Ich wechsle doch mal woanders hin. Wir reden jetzt da wieder. Nein, das ist willkürlich. Ja, ja. Ich habe gerade den Enderman umgebracht und er mich halb. Solange ich dich nur halb umbringe, ist alles gut. Ja, dann können wir eigentlich die Folge mal eben beenden. Genau, wollte ich sagen. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal und mit diesem Sonnenuntergang verabschieden wir uns. Ich habe keinen Sonnenuntergang. Haha. Selbst schuld. Oh Mann, no. Tschüssi. Tschüssi.